So, und dann können wir hier an dieser Wand... Äh, obwohl, nee, 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 nee. Der kann dann weg? Äh, doch, kann er, kann er, der kann echt weg, du. Oh, scheiße. Oh, scheiße, hab ich gar nicht dabei, hab ich gar nicht dabei. Äh... ich brauche holz ich brauche holz ich brauche holz was für holz ja habe ich hier das tropenholz brauche ich das tue ich mal dahin ich glaube ich muss mir gleich mal sonne aua sonne dings bauen hier drauf balancieren kann so ein gerüst ja genau das freue ich auch jawohl jawohl das hat geklappt das mache ich jetzt von oben so warte aber du wartest so weil das immer wichtig dass man auch mal warten kann im leben ach da bist du ja tachau hallo ich hab hier kies das ist sehr schön kannst du eine kiste tun da hinten das ist muy bien perfekto und dann kannst du dich vielleicht hier gleich mal eben kurz in falle legen es wird schon wieder dunkel alter das habe ich die ganze zeit im ohr ne warum das lied ja das ist jetzt wieder ohrwurm mäßig habe ich jetzt wieder die ganze zeit hier drin ach nee ich mach mal noch nicht hier so viel halt ja oder geht es aber steil ab aber das geil das ist auch geil das ist geil so ja oder pass mal auf machen wir den da noch hin und da könnten wir eigentlich ein dreier also jetzt nicht was du jetzt wieder denkst da könnten wir eigentlich ein dreier ist klar könnte man machen wir aber jetzt nicht so pass auf wenn wir da jetzt ein dreier machen 123 ne man will ja auch mal ein bisschen gucken lassen wir das mal ein paar äpfel hier da haben wir zwei ganz ehrlich dann ist mir ein bisschen zu schmal ich glaube da machen wir das so machen wir da auch zwei und bauen hier erst mal wieder an alter ich glaube das wird ganz geil hier auch wenn man hier jetzt ein bisschen weiter rüber kommt aber ich glaube das wird trotzdem ganz geil werden es wird jetzt etwas größer wie ich dachte aber mein gott wir können es ne ja wir haben es doch drauf mensch geld ist kein problem eben geld spielt keine rolle hier doch das wären aber jetzt und dann wäre da eigentlich noch einer ja müssen wir machen so und dann würde der hier wieder entlang gehen ja ich glaube das ist in Ordnung das ist in Ordnung größer darf es auch nicht werden weil dann ist es wieder ein bisschen scheiße ne aber hier machen wir mehr mehr offen da machen wir mehr offen so dann würde ich sagen esse ich mal was und hier geht es jetzt gleich weiter mit dem boden mit dem boden wirft den schurken zu boden das leben des brine einer der geilsten filme überhaupt also wer von euch noch nicht den film gesehen hat das leben des brine ist schon älterer film von monty python aber ganz ehrlich das gehört zur allgemeinbildung und das ist das mache ich sogar im ernst das gehört wirklich zur allgemeinbildung der film den muss man einfach gesehen haben sehr viel sarkasmus oh was ist jetzt los wieder stirbst du jetzt ne immer noch nicht scheiße jetzt geht mir wahrscheinlich ein bisschen oh ah da sind wir 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 die ich jetzt verloren habe ähm so guck mal was gibt es hier so das habe ich nämlich vergessen das kommt nämlich jetzt so sag mal kann ich das auch so anbauen ja tatsächlich geht ach dann baue ich mich doch erstmal rüber mensch kann ich das hier auch nicht vergessen eine grundlage und ein gerüst nur nicht zu weit bauen ein bisschen noch alter das wird doch schon ganz geil oh ist das oh ich freue mich schon wenn es fertig ist und wenn wir da beide dann schön gemütlich äh also jetzt nichts falsches denken boah ey das ist schon geil ne doch das wird geil werden das wird geil werden gotts wirk nein das wird wirklich toll werden äh da bin ich bin ich bin ich ja ich bin richtig hier das müsste richtig sein eigentlich war der falsch gewesen boah hoffentlich fällt der mir jetzt nicht runter scheiße der fällt mir runter und den hebe ich auf ähm genau der muss äh aber das mache ich jetzt von oben wieder dumm 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 これ そうそう und dann kommt da direkt der nächste hin und da gehe ich jetzt drauf wir ich weiß wie sich das alles anhören muss wenn du es nicht siehst Boah, das besteige ich jetzt. Das besteige ich jetzt. So, siehst du immer schön nach vorne und zurück. Auf, ich kann vor Lachen nicht mehr hier klicken, ey. Warte, 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 warte. Und dann... Ja, der geht ja sowieso weiter. Und das lassen wir aber ein bisschen nach hierhin abstehen. Ja, 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 das mache ich. Oh, da hinten komme ich nicht mehr dran. Äh, muss ich aber dran kommen. So, pass auf. Das hat geklappt. Super, okay. Und jetzt müsste ich hier ein ansetzen. Super, das hat auch geklappt. Klasse, ich liebe es, wenn es funktioniert. So, und jetzt brauche ich jede Menge Rohholz hier. Herr Steglitz, Sie sind so leise. Was machen Sie denn so schönes? Ich bin gerade am konzentrieren, dass ich nicht hier runterfalle in eine Schlucht. Ach, bist du in so einer Minenschlucht? Ja. Oh, cool. Alter, da hast du ja mittlerweile schon richtig gut Material. Wahrscheinlich, ne? Auch jetzt, also jetzt für dich, ne? Eisen. Ja, das dachte ich mir. Also, ich muss auch mal wieder unbedingt eine Höhlen-Tour machen, Mensch. Kannst ja hier reingehen. Da ist auch ne Miene. Also, ne Minenbahn. Ne Minenbahn? Ja, cool. Minenbahn. Sagst du, die Schienen baust du auch ab? Nee. Garantiert nicht. Da stehen unten so viele Spinnen und Endermänner rum. Ach, du wirst ja wohl jetzt keine Angst vor Spinnen und Endermännern haben. Ach, hör doch auf. In Minecraft schon. Ach, okay. Aber auch so. Ich hab Angst vor schwarzen Leuten. Du hast Angst vor schwarzen Leuten. Immer, du alter Rassisto. Sag der Weiße. Sag der Weiße. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich nicht. Darf man das Spiel eigentlich noch spielen? Gab's ja früher dieses Spiel in der Schule. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ist das nicht verboten? Ja, ich weiß auch nicht. Kann sein. Wird ja alles verboten, was irgendwie... Zum Beispiel Negakus. Ja, genau. Zikoriner Soße. Ja, nee, das geht ja noch. Äh, hier. Ah, wie heißt das? Äh, was könnte er meinen? Äh, beim Eis. Wie heißt das? Wenn da so ein Sch... Äh, Schokoladen... Äh, wie ist das? In der Schokoladenhülle drumherum kommt. Ja, mit Glasur. Ja. Das hattete doch auch so einen Mercurian-Namen. Ja, was verboten wurde. Äh, wüsste ich jetzt nicht. Ähm. Beim Eis wüsste ich jetzt nicht. Hm, Schatz. Irgendwas mit Neger auch. Ja? Ja. Heftig. Wenn man Neger kommt, ist das... Ach, ich weiß es nicht mehr. Ach, Alter. Was ist denn hier wieder für eine Scheiße hier? Wer will die dieses doppelt bauen? Will doch kein Mensch. Will doch kein Mensch. Und ich mach die Musik weiter. Sonst schlaf ich gleich ein. Äh, wie sieht es denn, äh, bei meinem Herrn Stieglitz aus? Ja. Sollen wir, äh, gleich, äh, die Folge beenden, oder? Ich muss eben selber gucken, ich verlor. Äh, wir können noch ein bisschen. Ja? Gut. Gut, dann machen wir das auch. Mensch, du willst. Ich hab hier noch ein bisschen Eichelholz. Iiii. Oder brauche ich nämlich auch. Was? Eichel. Hast du jetzt Eichel gesagt? Ja, ich hab Eichel gesagt. Ja, ein bisschen Eichelholz. Nee. Nee. Doch, hab ich weh. Das verstört mich jetzt. Das verstört mich jetzt. Ja, mich auch. Aber, du, man kann nicht alles im Leben haben. Das Leben ist kein Ponyhof. Und das Leben auch grof. Ach nee, dazu müsst ihr nur einen draufbauen. Äh, hör mal, kannst du mal eine Tür craften und hier einsetzen von außen? Ja. Ja. Machen wir erst mal so, dass das wieder ein bisschen kinderfreundlich ist. Äh. Zack. Zack, zack. So. Gut. Ach ja, genau. Ich dachte schon gerade, ich hätte mich irgendwie vertan. Aber nee, ist ja in Ordnung. So, pass auf. Hier machen wir aber jetzt mehr hin. Ein, zwei, drei. Zwei, drei. Nee, warte mal. Ich muss von hier aus gehen. Ach nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn da der... Eben Eisen in den Ofen. Ja. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und das lassen wir einfach so offen. Ja, sicher. Warum nicht? Machen wir einfach einen doppelten auf. Warum nicht? Ja, klar, machen wir. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Alter, das kommt ja so geil symmetrisch hier aus. Das ist richtig, richtig cool. Das macht richtig Spaß. Willst du eine Eisenspitzhacke oder sowas? Oder eine Axt aus Metall? Ich hab grad... Ja, kann ich... Kann ich immer gebrauchen. Ja, hab ich... Reste da. Ich guck dir Reste. Reste. Reste essen. Von der Resterampe. Eins, zwei, drei. Plöpp. Eins, zwei, drei. Alter, das kommt so cool hin. Geile Sache. Geile Sache. Ja, der muss da so bleiben. Wegen der Statik. Ah, danke. Ah, das ist aber schön, dass du auch an eine Tür gedacht hast. Das ist super. Kannst du hier auch eine Tür einsetzen? Ja. Die kannst du dann aber am besten von der anderen Seite einsetzen. Also von außen. Ich mach dir da mal eben was hin. Oh. Genau, von außen. Und da kann von innen und außen eine Druckplatte hin. Ja. So. Okay. Jetzt, äh... Oh, und Fackeln bräuch ich gleich wieder. Was ist der Fackel? Kann ich dir geben. Bitte Fackeln. Kann man wackeln. Ach, nee, 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 nee. Nicht in der Höhe. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich muss erst was drauf bauen. Nicht in dieser Höhe. Aber warte mal. Ich nehm mir ja erst mal wieder Holz. Dass ich genug habe. Äh, da hab ich das Holz. Ich nehm mir mal... Ja, erst mal so. Erst mal ein 64er Stick Rohholz. Okay. So, dann gucken wir mal, ne? Dann bauen wir einfach mal... Hier Watte drauf. So, pass auf. Da ist jetzt zwei... Ne, dann baue ich sofort mehr drauf. So, dann kommt das hier. Okay. Zwei. Und da kommt das. Genau, dann haben wir das nämlich direkt in einem Klatsch hier. Zwei. Ach, da läuft wieder das geile Lied. Was so scheiße ist, dass ich es mittlerweile wieder geil finde. Das ist so, als wenn irgendwie Nasenhaar übers Klavier fährt. Da muss man halt deine Playlist nochmal. Ja. Würde ich mal sagen. Ja. 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 Vielen Dank.